Und wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Und dir mein Schatz? Na, also mir geht's nicht so gut. Nicht so gut? Nee, also, weißt du noch, ich hatte doch da mal diesen Stalker. Den Stalker, den die tot aufgefunden haben? Ja, also Mama, pass auf, also die Sache ist die, ähm... Ich hab den getötet. Was? Warum machst du sowas? Na, Mann, weil der hat mich so blöd angegriffen und das war voll kacke von dem und es geht jetzt aber auch um was ganz anderes, Mama. Und was nun? Na, also pass auf, also... Ich glaube, also ich glaube, ich hab den nicht so richtig getötet. Und ich glaube, der ist, äh, verschwunden. Nicht so richtig getötet? Noch nicht mal das kriegst du hin? Oh Mann, Mama! Und was ist nun, wenn der uns findet? Mama, das hat der wahrscheinlich schon. Ja, das hab ich. Ich werde es eh kriegen. Ich werde es eh kriegen. Ich werde es eh kriegen. Ich werde es eh 복atet im Lebenn. Ich werde es nicht um, also wenn der 이해 zu wie mitmüt. Ich werde es nicht um, also wenn alles in den prerechnen räumen. Ich werde es nicht um, also wenn du, somewhere sollst du nie gewinnen. Ich werde es nicht um, also wie mitmütig sein.